Ich habe einen schlechten Start. Die Idee ist egal, ob es auch eben genug ist. Die Idee ist egal, ob es nicht möglich ist. Ja, da warst du gestern auch, ich wüsste nicht, was er jetzt gemacht hat. Nichts, ich hab's immer noch. Ah, ah. Ah, nein. Keine Sorge, mach ich auch noch ein paar Mal. Olli. Smell's like a dive bomb. Was hat er gesagt? Smell's like a dive bomb. Oh, oh. Oh, what the fuck? They plug in here. Ah, ah. No, that was a mistake. It was a dive bomb. I survived it. Finished, boah. You need to practice your aiming a bit. I survived it. The aiming was perfect yet, nobody. The aiming was perfect yet, nobody. I have a... I have a flawless racecraft. 100%. What's a car control? Under the development. Work in progress. What's a car control? What's a car control? What's a car control? What's a car control? Look, look at the car control. A car control. I use a car control. Corsi? Corsi. 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 Corsi or Corsi? Corsi. 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 Aber war auch nicht das Einzige, was ich getankt habe. Kennt ihr Berliner Luft? Oh ja. Das schmeckt irgendwie Mundwasser, ey. Wie eine Fischzähne-Kurse. Ja, so After Eight ohne Schokolade halt, ne? Das ist schon richtig krass. Hattet ihr den normalen oder den starken? Ich weiß, 30% oder so. Ja, es gibt ja noch im Strong mit irgendwie 42 oder so. Ah, ich hab mich gewundert, du schmeckst überhaupt gar keinen. Ja. Aber man kriegt den. Oh ja. Das ist nicht schwer, ich glaube. Ja, kann ich bezorgen. Ich hab da so'n Kumpel, der schwört da drauf. Ich kann das jetzt vorher auch nicht, aber irgendwie saufen. Ist auch saufen, oder so. Also... Ja, Pfeffi halt. Irgendwie, das ist auch nie am Außen oder so viel. Heißen immer anders. Ich hab das Gefühl, ich verliere den Karussell am meisten. Ich setze da nur auf. Ja. Ich hab das Gefühl, ich hole auf. Ja. Oh Gott. Das kommt mit Stephanie's Curbs. Okay. Mach schon, muss man drauf anlegen. Piu. Hoffen, dass da hinten dran drauf fährt und dann auf ne Banane fährt. Alle drei rausgefahren. Nein. Oh shit. Da gibt's Windstopp-Null. Da gibt's Windstopp-Null. Ah, scheiße, wenn du Schwalbenschwanz nicht kriegst. Ah, mal Steinschleuder. Chris, du hättest ihm den Tipp besser nicht gegeben, hier nicht zu bremsen. Das macht er, der Adolf. Na, guck, das geht hier vom Restripto eigentlich schnell. Marcel, drei Prozent. Huuuuhhhh. Holy Shit! Oh, nice car. Ich glaube, ich fahre mal. Das war's für heute. Scheiße, glaube ich, ist da nicht mehr. Was ist denn da, was da nicht zu tun? Was ist das? Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 Oh, no. Ja, ciao. Gut, ich glaube, da habe ich ein bisschen früh gebremst. Ich war ein bisschen spät. Jetzt fahrst du wirklich Spitz. Nee, jetzt ist mein Link da vorne ein bisschen auf Temperatur. Nachdem du dich verbremst hast. Nee, jetzt so gerade im Moment. Ich habe keine Ahnung, ich lasse mir nie die Temperaturanzeigen. Was geht hier für Top Speed bei euch? Ja, 2.55. Ja, ich auch. War das weit? Ja. Die Kurve finde ich immer so schwer. Hat doch gut geklappt. Ja, da ist schnell. Ohne Crashther. Platztausch hinter mir habe ich gleich mitbekommen. Entschuldigung, kurz. Entschuldigung, kurz. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich denke immer, oh der rutscht, der muss noch Zeit verlieren, aber tut er nicht. War ja noch ein kleiner Slide. Ach, diese Körbe. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018